Musik Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin jetzt wieder ATOBE-TV Heute nehme ich mal ausnahmsweise mein Handy auf, weil ich meine Kamera nicht mit dabei habe Aber ich würde einfach mal sagen, viel Spaß beim heutigen Vlog Ich werde natürlich trotzdem am PC schneiden, aber habe meine Kamera halt nicht mit Aber ich denke mal, das geht trotzdem klar, ne? Auf geht's Leute, viel Spaß beim heutigen Vlog So Leute, BSC ist mein Mekkes-Anschlag, schön, frei schicken Burger, Gönnen, läuft auf jeden Fall So Leute, ich gehe jetzt in Mumps in Sohle Guck mal, was ich da filmen kann Trinkt ihr noch schön ein paar Bierchen, dann geht's gleich nach Hause, Leute Warte, ist auf jeden Fall ein stilliger Abend Mal ein bisschen Ruhe von YouTube fassen und nehmt trotzdem Video Ja, moin Läuft auf jeden Fall Aber ich kann euch ja nicht im Regen stehen lassen, ne? Musik So Leute, bin jetzt aus dem Mumps raus Dann noch ein paar Bierchen getrunken Ich nehme an, dass ihr das gesehen habt Ich habe so ein bisschen Musik unterlegt Da drin konnte ich nicht irgendwie quatschen oder was Aber ich habe trotzdem ein bisschen was gefilmt Ich hoffe, euch hat das gefallen Und jetzt bin ich so langsam am Weg nach Hause Ich werde mir am Weg noch schön in Schmau können Und dann sind wir gleich zu Hause Und ich würde sagen, dann sehen wir uns da wieder Ich werde euch noch ein bisschen von dem Weg nach Hause filmen Habt viel Spaß dabei Läuft auf jeden Fall Also es ist ein relativ spontaner Vlog Eigentlich wollte ich gar keinen Vlog so mehr aufnehmen Aber leider hat der Stream in Birkenweyern nicht geklappt Weil das Internet nicht so top war Deswegen wollte ich noch einen kleinen Vlog aufnehmen Und ich hoffe, euch gefällt der Vlog Haut rein, bis später, Leute So Leute, ich fahre jetzt am Weg nach Hause Mega kai draußen Muss noch ein gutes Stück gehen Also bin ich vielleicht in der 12 Stunden zu Hause Ich hoffe, euch gefällt der heutige Vlog Den ich einfach mal so raushau Der ist eigentlich relativ spontan entstanden Geplant war es nicht Aber ich dachte mir einfach mal Ich hau es einfach mal raus Bin noch ein bisschen unterwegs Muss noch ein bisschen mal gehen Ich filme euch noch ein bisschen was am Weg Und ja So Leute Ich wollte dann nochmal sagen Das war es dann auch vom heutigen Vlog Wenn es euch gefallen hat Lasst doch mal einen Daumen nach oben da Wenn das nicht gemacht habt Aktiviert die Glocke Damit ihr nichts mehr verpasst Wollte ich mal sagen Habt rein, Leute Bis zum nächsten Mal Das war wieder euer TobiTV Und tschüss Euer TobiTV